Die Grafschaft Chester war eine der mächtigsten Herrschaften im mittelalterlichen England. Seit 1301 wurde der Titel eines Earl of Chester üblicherweise dem Thronerben gegeben. Ab dem späten 14. Jahrhundert war er dann mit dem des Prinz of Wales verbunden. Cheshire gehörte seit dem späten 11. Jahrhundert den Earls of Chester, die über ganz England verstreut Land besaßen, das Theona of Chester genannt wurde. Ende des 12. Jahrhunderts hatten sie eine Stellung als Regenten von Cheshire etabliert, die die Basis für ihre spätere Bezeichnung als County Palatine wurde. Die Grafschaft fiel 1237 mit dem Tod von John de Scotia, 9. Earl of Huntington an die Krone, dem siebten und letzten Earl, und wurde 1246 als Krongut eingezogen. König Heinrich III. gab die Herrschaft Chester 1254 an seinen Sohn Eduard, den späteren König Eduard I., der wiederum Titel und Land an seinen Sohn, den ersten englischen Prinz of Wales gab. Zu dieser Zeit bestand die Grafschaft Cheshire aus zwei Counties, Cheshire und Flinshire. Die Einrichtung der königlichen Herrschaft in Chester ermöglichte Königs Eduard I. Eroberung von Nordwallis und Chester spielte eine wesentliche Rolle als Nachschubbasis während der Wallisischen Kriege, sodass die separate Organisation als County Palatine gerechtfertigt war. Dies blieb so bis zur Zeit des Königs Heinrich VIII. 1398 wurde die Grafschaft kurzzeitig von König Richard II. zum Fürstentum erhoben, was König Heinrich IV. 1399 bereits wieder rückgängig machte. Während der älteste Sohn des Souveräns geborene Herzog von Cornwall ist, muss er zum Earl of Chester erst ernannt werden. Prinz Charles wurde zum Earl of Chester am 26. Juli 1958 ernannt, am gleichen Tag, an dem er Prinz of Wales und Earl of Carrick wurde. Die unabhängige Rechtsprechung des der Palatinate Chester hielt sich bis Heinrich VIII. die Grafschaft unter Kontrolle der Krone brachte. Die Palatinate Courts of Great Sessions and Exchequer überlebten sogar bis zu den Reformen von 1830. Earl of Chester, Gerbo der Flamme, Earl of Chester, Erste Verleihung, Jude Avronsch's 1. Earl of Chester, Vizegraf von Avronsch's, Richard Avronsch's, 2. Earl of Chester, Vizegraf von Avronsch's, Earl of Chester, 2. Verleihung, Ranulf Lé-Machine, 1. Earl of Chester, Ranulf de Gernon, 2. Earl of Chester, Jude Keveliuk, 3. Earl of Chester, Ranulf de Blondeville, 4. Earl of Chester, Earls of Chester, 3. Verleihung, John de Scotia, 9. Earl of Huntingdon, 1. Earl of Chester, Edward, Lord of Chester ohne die Earlswürde, Earls of Chester, 4. Verleihung, Simon de Montfort, 6. Earl of Leicester, 1. Earl of Chester, 1. Earl of Chester, 5. Verleihung, Edward Plantagenet, Earl of Chester, Earls of Chester, 6. Verleihung, Edward Plantagenet, Earl of Chester, ab hier wurde der Titel gemeinsam mit dem eines Prince of Wales vergeben.